Früher in Rente gehen 2023. Was Sie für den Rentenbeginn beachten sollten. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Das Thema Rente mit 63 ist brandaktuell. Viele Menschen werden im Jahr 2023 wieder in Rente gehen. Wir reden hier alleine bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte von über 200.000 neuen Rentenanträgen. Ich denke wir werden uns in Richtung 300.000 bewegen. Im Jahr 2022 werden es sicherlich mehr als 260.000 Neurentner nur alleine für diese eine Art der Altersrente bewegen. Das heißt also die abschlagsfreie Rente ist noch ein Renner. Ich will im Jahr 2023 in Rente gehen. Raus aus der Arbeit. Rein in den Ruhestand. Der Druck auf Arbeit wird immer höher. Die Bedingungen sind zum Teil unerträglich. Ich halte die körperlichen Belastungen nicht mehr aus. Mein Chef macht mir nur noch Druck. Termine einer nach dem anderen. Ich kann nicht mehr. So zusammengefasst die vielen Informationen, die wir oder die vielen Beweggründe, die wir erhalten von Menschen, die vorzeitig in Rente gehen wollen. Also auch eine Art Arbeitsresignation, die sich hier breit gemacht hat. Ja, so und damit ist für mich klar. Ich will 2023 so schnell wie möglich in Rente gehen. Mir ist aber noch nicht klar, zu welchen Bedingungen dies möglich ist. Was kann ich tun? Und Rentenbescheid24.de rät allen als allererstes. Ruhe bewahren und kühlen. Kopf. Sie nehmen sich bitte einen Stift in die Hand, ein Blatt Papier und dann nachdenken und aufschreiben. Und hier mal ein paar Dinge, die Sie beachten könnten oder sollten. Habe ich überhaupt die notwendigen Informationen, die ich brauche, um zu wissen, ob ich 2023 überhaupt in Rente gehen kann? Stichwort aktuelle Rentenauskunft. Eine solche Auskunft gibt Ihnen die Möglichkeit zu prüfen, ob Sie die Wartezeit für die gewünschte Rente erreicht haben, welche Zeiten im Versicherungsverlauf eventuell noch fehlen können und ob ich wirklich alle Anspruchsvoraussetzungen für die Rente erfülle. Nicht zu vergessen bitte, Rentenantrag dann gegebenenfalls stellen. Ohne Antrag keine Rente. Dann prüfen Sie bitte die Wahl zwischen den möglichen Altersrenten mit oder ohne Abschlag. Kann ich 2023 aufgrund meines Lebensalters schon eine Rente ohne Abschlag erhalten oder kann ich nur mit Abschlag in Rente gehen? Das kann ich aus einer aktuellen Rentenauskunft ohne Probleme auslesen. Wenn ich eine Schwerbehinderung habe, kann ich zu verbesserten Bedingungen eine vorzeitige Altersrente bekommen. Also bitte aufschreiben, wenn Sie schwerbehindert sind, Grad der Behinderung 50. Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit einem großen Fragezeichen dahinter. Jeden muss klar sein beim vorzeitigen Rentenbeginn, das sollten Sie auch wissen, dass das in der Regel weniger Rente mit oder ohne Abschlag bedeutet und zwar vor der Regel Altersrente. Weil ich bei vorzeitigen Rentenbeginn, ob mit oder ohne Abschlag, das spielt keine Rolle, weniger in die Rentenkasse eingezahlt habe. Eventuell eine überschlägige Berechnung der Rentenverluste mal anstellen. Kann ich eventuell diese Verluste ausgleichen, indem ich für zukünftige Abschläge in der Rente besondere Beitragsleistungen in die Rentenkasse einzahle? Wenn möglich sogar noch im Jahr 2022, weil es da noch zu verbesserten Bedingungen möglich ist. Stichwort vorläufiges Durchschnittsentgelt 2022 ist deutlich niedriger als das vorläufige Durchschnittsentgelt im Jahr 2023. Kann ich mit Rentenbeginn mein Arbeitsverhältnis sofort beenden oder muss ich es kündigen? Stichwort automatische Beendigung des Arbeitsvertrages aufgrund arbeitsrechtlicher Klauseln im Vertrag oder Tarifvertrag oder muss ich mit meinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag machen? Muss ich meinem Arbeitgeber überhaupt sagen, dass ich in Rente gehen will oder diese beziehen möchte? Ja, darüber sollte ich mir vielleicht auch mal Gedanken machen, ob ich meinen Arbeitgeber sozusagen in meine Rentenplanungen mit einweihe. Was muss ich beachten, wenn ich neben der Rente noch dazu verdienen möchte? Stichwort Hinweispflicht an den Arbeitgeber, wenn ich eine Vollrente beziehe, weil dann mein Krankenversicherungsbeitrag bei Rentenbezug und Verdienst etwas günstiger ist und dies mein Arbeitgeber schlichtweg wissen muss. Denn er muss ja dann den Verdienstschein entsprechend anpassen. Hindert mein Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag eine Weiterarbeit bei Rentenbeginn? Stichwort automatische Beendigungsklauseln. Das ist ein ganz, ganz heikles Thema. Da kann ich Ihnen wirklich nur sagen, dass Ihnen da bitte nicht das böse Erwachen kommt, wenn Sie einfach jetzt ins Blaue hinein einen Rentenantrag stellen und Sie denken, Sie können dann einfach so weiterarbeiten. Da kann es immense Probleme geben. Sie sollten gegebenenfalls, wenn Sie eine solche Variante wählen, auch mal mit Ihrem Arbeitgeber reden und hier individuelle Vereinbarungen treffen, wenn das arbeitsrechtlich möglich ist. Was ist mit meiner Betriebsrente? Bekomme ich diese automatisch, wenn ich eine gesetzliche Rente beziehe oder muss ich die beantragen? Bekomme ich die Betriebsrente auch dann gezahlt, wenn ich weiter arbeite? Bei Rente und Hinzuverdiensten bitte auch an die Einkommenssteuern denken, gegebenenfalls mit dem Finanzamt eine Vorauszahlung für das Jahr 2023 vereinbaren, damit Sie im Jahr 2024 bei Einkommenssteuererklärung für das Jahr 2023 nicht die böse Überraschung erleben. Sie sehen, es sind viele Dinge, die man bei einem vorzeitigen Rentenbeginn im Jahr 2023 beachten muss. Oft wissen Sie gar nicht, wie hoch die Rente bei vorzeitigen Rentenbeginn ausfällt. Eine Rentenauskunft oder Renteninformation, die Sie öfters mal erhalten, gibt hierauf gar keinen Rückschluss. Daher empfehle ich Ihnen einfach mal nachzurechnen oder durch versierte Rentenberater individuelle Modellberechnungen auf Basis der aktuellen Daten und Verdienste für eine mögliche Rente anfertigen. Das ist eine Empfehlung, die halte ich für sehr, sehr wichtig, damit Sie wirklich auch was in der Hand haben und auch ein Gefühl dafür bekommen, wie hoch Ihre Rente im Alter ausfallen kann. Damit klar ist, wie viel Geld Ihnen als Rentner dann mit 63 oder ab 63 zur Verfügung steht. Daher nochmals unser Tipp, bereiten Sie sich gut auf Ihre Rente vor, planen Sie diese Unterlagensichten, gegebenenfalls auch Unterlagen, Rentenauskünfte und so weiter von der Rentenversicherung einholen. Und wenn Sie gar keine Lust darauf haben, beauftragen Sie doch einfach Rentenbescheid24.de mit einer umfassenden Planung und dem Rentenantrag mit unserem Sorglos-Paket früher in Rente gehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.